Hallo und herzlich willkommen zu Kesselcrashers! Mit mir! Mit Gothic Gamer! Genau! Mit dem Heulen-Member! Und mir! Ich heule da gerade! Nein, wir sind jetzt wieder hier! Ja, die Blase! Blähbläh! 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 Ne, jetzt sind wir wieder bei dieser schrecklichen Hochzeit! Bei der scheiß Stelle, die wir noch nie geschafft haben! Ich hoffe, wir kriegen's jetzt hin! Zu zweit ist das echt schwer! Ich hab's gar kein Leben mehr! Hey, warte mal! Du hast noch zwei Healtrenkel, ich hab glaube ich noch einen! Ich hab auch nur noch einen jetzt! Soll ich meinen jetzt schon mal nehmen? Wie konnte ich denn wechseln? Ne, ich hab 5! Wie nehm ich den? Mit A, ne? Ja, ja! Ich hab 5! Ja, gut! Dann hab ich ja noch ein paar! Ich nehm den mit D! So, jetzt wieder auf Pfeil wechseln! Achja! Da unten kommen welche! Ge weg! Ge weg! Ich schmeiß den Eiskeits runter! Nein! Das ist wieder! Ja! 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 Ja, damit rechnen sich! Ja! 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 Sie machen geradeīng! Ja! Wenn die mich treffen, dann dreht er sich automatisch um, deswegen. Ja, das ist voll scheiße. Nein, er dreht sich. Wo bin ich? Hallo? Pum. Los, du hast ihn gleich. Scheiße, leck mich doch am Arkt. Ich hab ihn gleich, der ist gerade mal bei der Hälfte. Naja, immerhin, ne? Mach doch noch ein bisschen Magie. Der bringt's ja voll. Nee, das kommt nicht so weit. Du kriegst den, wir kriegen das aber hin, dadurch, dass er nicht schießt. Dauert nur ewig. Ja. Oh, Mann. Du schaffst das. Ich sammle hier inzwischen noch ein bisschen das Gold ein. Mir tut der Finger weh. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Alter. Ja, ich hab Gold bekommen. Ja, ich hab Gold bekommen. Und du schaffst dauerst. Ich schaffst dauerst. Den will ich später noch ärgern. Oh. War das geplant? Ja, ich glaub schon. Du Arschloch, Alter. Ich hasse dich so sehr maßen. Sterb einfach. Ja, bei der nächsten Prinzessin kannst du dich rächen. Ja, weil du ja auch 3 Level höher bist als ich. Hab ich doch keine Chance. Ich hoffe, die nächste Prinzessin ist noch nach der nächsten Ausnahme, dann level ich mich vorher noch. Ey, das ist so ein komischer Köter. Oh Mann! Wie geil das dich aufregt, ey. Das ist einfach so der Wahnsinn. Pass auf, wenn ich mich nicht mehr aufrege. Das absolute Wahnsinn, wie er sich aufregt, ey. Oh. Das ist mein Geld, 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 meins, 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 meins. Wir waren einfach an den Gegner verworfen. Ha ha ha. Ey, der klaut es! Nein! Ey, der klaut es! Nein! 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 Er hat's geklaut. Nein, Bombe! Nein! 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 Erst langsam ist mir aber ein bisschen gefährlich mit dem Geld, ne? Ja! Ja! Au! Leck! Ist aber schön, dass wir den Boss geschafft haben. Ich meine, ich! Nein! Nein! Ich weiß es nicht! Komm, du hast den größten Anteil gemacht. Der Boss geht auf seinen Grund. Ich weiß nicht, ob es mehr XP bringt, den zu töten oder den Anteil zu machen. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ob es die Schläge XP bringt, oder? Aber es war auch Glück, dass im Endeffekt ich, ähm, den Todesstoß sozusagen gemacht habe. Ha! Das war's. Aber wirklich, das Geld, ja? Das kannst du ja ruhig mal ein bisschen großzügiger für mich sein. Außerdem brauche ich Leben, ey! Ich brauche so viel Leben! Du hast einen Heiltramp. Ach ja, habe ich ja auch noch. So, jetzt habe ich keine Heiltränke mehr. Alter! Der März kommt voll geleckt. Uiuiui, jetzt wird er! Schleimige Heslons! Ich meins! Alter, wie viel hältst du aus, du dicker? Arschkab, ey! Yeah! Sehr schön. Warte, ich musste noch... Hä? Lass mal uns schleimen. Ich dachte, den hätte ich so kaputt gemacht. Ich habe auch gesagt, den habe ich kaputt gemacht. Falsch gedacht. So, wo kommen wir jetzt hin? Alter, das Spiel hat so eine geile Atmosphäre. Ich wollte gerade schon weiterlaufen. Nein, lauf doch! Alter! Alter! Wenn man jetzt gerade Folge angeht. Ohohohoho! Der war richtig knapp! Das war richtig knapp! Du bist zurückgegangen Na, er ließt wieder Oh, die Gegner sind wieder weg Was steht denn so in der Zeitung? Oh, wir werden angegriffen Wir werden mit zweitem Angriff Alter Man, nur noch fünf Ich glaube, du hast den Arsch auf Guck dir mal den Geldstand an Ich hab doch was gesagt, nur noch fünf Wahrscheinlich kriegst du gleich einen fetten Diamanten Und dann hat sich das auch wieder erledigt Was muss ich machen? Achso Ja, es geht aber in erster Linie nicht ums Geld Sondern um die XP Ja, du Arsch doch Ich hab ja eigentlich gedacht, wir teilen uns das so ein bisschen Das kann man sich gar nicht teilen Das kann man sich gar nicht teilen, ey Ja, klar Nein Äh, lol Jetzt bin ich nicht klargekommen Kann man da rein Diese dummen Aua Aua Lol, ich hab automatisch, weil ich tot war, einen Halt rankgenommen Bei dem Spiel ist es auch nicht, umso höheres Level, umso länger braucht man zum Aufsteigen Sondern man steigt halt auf, wenn man XP kriegt Manch hast du aber ganz schön aufgeholt Yeah Vielleicht kommt ja auch noch die Wende Der FC Bayern kriegt mehr Geld Ja, ich geh mit einer Münze in Führung, juhu Und Führung gleiche ich aus Ausgleich Das wird dein bespannendes Saisonfinale Der Dauerkampf Ih, was ist das? Deine Brüder Äh, dann bist du da auch so einer Achja, oh Jaaah Selbst des Das droppt gar kein Geld, der Spacko Au Hat der mich einfach weggehauen Doch, bei mir droppt der Geld Mann, dieser Spacko Der soll ja zu mir gehen Ja, die kommen immer nur zu mir, alter Das ist ne Freude Weil sie gegen dich nur ne Chance haben Oh Oh, musst du wiederbelebt werden New Fashion Ach, warte, ich will dich doch gar nicht wiederbeleben Mann, jetzt nimmst du ne Ach, danke Ach, danke Nein Oh, nee Achso, oh toll Ich hab genau das gleiche behalten Yeah Letzter Schwert Oh, der Arme Oh, komm, ich geh dich trüsten Wo bin ich da Ja Oh, fuck Ja, der ist ja total schwer Oh, ja Oh Oh Aua Oh Ich kann dich nicht wiederbeleben Hallo Wieso kann ich dich nicht wiederbeleben Was war denn der Scheiß Ach, Hilfe Nein Nein Lass mich Ich steh nicht so auf Beziehungen Ich steh nicht so auf Beziehungen Ich steh nicht so auf Beziehungen Das ist ja mit deinem Mann Nein 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 Pein ich in die Alter, ich will dich jetzt wiederbeleben Echt Nuss Will ich ihn wieder Irgendwie Hallo Au 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 Ey, ich hab noch einen Heiltrank Was soll denn das? Ich hatte noch Heiltränke, was soll denn das? Wieso hab ich mich grad wiederholt? Ein Sechs Hm Fick dich So, warte, wir machen das im nächsten Part Wir machen das im nächsten Part, ja? Ja, okay, warte, den müssen wir aber erst dann töten Ja, den töten wir noch kurz und dann Machen wir das im nächsten Ich hab gar keine Lust mehr zu machen Oh, toll, ne Birne Okay, dann geht's gleich Oder bis zum nächsten Part Bis zum nächsten Part